um wo am besten runter ich denke mal hier hinten sechs nachdem was den pushen 33 er ist genockt und er ist gerechtet sein teammate wer unten ist 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, White! White, der andere, außer Luft. Hab ihn. So, ich hab den. Der andere war auch bei. Zwei, dreiundzwanziger Hit. Ich schieß jetzt lieber nicht mehr so viel. Da ist halt ne ganze Action. Da unten kommt noch einer einzeln. Vierundzwanziger, noch ein, zweiundzwanziger hat er. Ist egal, nicht so offensiv pieken, Papa, die haben Heavy-Sniper. Da kommt noch einer angeflogen. Ja, weiter. Dreieundzwanziger Hit. Ja, der hat bestimmt noch ein. Noch ein Dreieundzwanziger Hit, noch? Ja, noch ein Dreieundzwanziger Hit. Ja, noch ein Dreieundzwanziger Hit. Ja, noch ein Dreieundzwanziger Hit. Ja, der muss er. ich habe die runter geschossen scheiße haben hängt leider ich habe einen headshot ich muss sparen ich habe nur noch 60 ich habe auch nur noch 60 pass auf ihr kriegt auch ein bisschen falsch an ach so du hast hängen glätter gut wir müssen hier vorne auf die taille rausgehen hat zwei 33er hits noch einen aber der hat mindestens 100 leben verloren papa 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 p Ja, ich hab gesagt, dass ich auf dieses Teil... ...Komm, Lass mich rein... ...Schneiden... ...Auf, es ist so ein Zeug! Schade, Papa. Schade, Papa.